Hi, ich bin Kevin Diddl, ich bin Hypnosetherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie und ich habe heute mit Moritz eine ultra coole Erfahrung mit Hypnosleep gemacht. Ich habe das für mich so wahrgenommen, als war Moritz überhaupt gar nicht im Raum und wie als würde ich einfach nur eine Selbsthypnoseaufnahme hören, ehrlich gesagt. Und es war wirklich ein ganz intensives Erlebnis. Ich war so weit weg, dass ich überhaupt erstmal einen Moment brauchte, um mich an diese ganzen verschiedenen Stationen und Dinge zurückzuerinnern, die wir bearbeitet haben. Und ich habe es wirklich so erlebt, als schläft man wirklich komplett die gesamte Zeit und das Bewusstsein ist nicht mehr da, was völlig fantastisch ist, weil man fühlt sich sehr, sehr, sehr geborgen, sehr, sehr sicher. Es passiert überhaupt gar keine Kritik, was einfach toll ist und das hat sich super angefühlt und kann es nur weiterempfehlen.